Willkommen am Limit, Alexander Schumann hier, ein neues Video und zwar habe ich meine Brahe Pelma Amori gefilmt, was sie so den ganzen Tag treibt und das schauen wir uns jetzt kurz an. Man sieht im Hintergrund eine Uhr, damit man weiß, dass die Zeit auch wirklich vergeht. Oben links habe ich eingeblendet die Stunden, also Minuten und Stunden und man sieht die Spinne bewegt sich sehr lange nicht und dann krabbelt sie rum und dann wartet sie wieder und ja, das macht sie eigentlich den ganzen Tag. Spinnen sind, also Vogelspinnen sind Lauerjäger, also die sitzen irgendwo rum und warten bis ein Beute die vorbeikommt und dann schlappen sie zu und wenn nichts kommt, dann kommt noch nichts. Also die gehen jetzt nicht aktiv auf Jagd und schauen wo die Beute ist, sondern die warten halt bis sie vorbeikommt. Und das kann durchaus sehr lange dauern und die haben auch keinen Stress damit. Also wenn da Wochen oder Tage oder Wochen kein Futter kommt, dann ist es denen auch egal. So, die 24 Stunden sind bald rum. Die letzte Stunde bricht gleich an. Ja, dann würde ich sagen, macht es für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen und Anregungen habt und dann sehen wir uns demnächst. 1